Hallo Leute. Hallo. Hallo. Als ich den Michel Hesse aus Herne habe. Dann 2017. Eine kleine Schule. Ein Kind. Da war die Polizei. Die Gleiswand. Und die Kripo. Ich schrei mich letztes Mal an. Die Schwester. Am 9. Dein Tag. Nach der Smutten. Noch ein Schulfreundmörder. Mord gemacht. Lassen Leiter. Mit der Hesse. Mit der Killer-Mörder. Das Leben in den letzten Sekunden. Ich freue mich nicht. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich.